Was? Hallo? Ey, du bist komplett bescheuert oder so! Was, wer ist denn da? Hast du mal auf die Uhr gekuckt? Warum denn, hä? Es ist 10 nach 8, wo ist mein verdammter Kaffee? Achso, Chef, sie ist, ach ja. Aber ich dachte, Samstag haben wir doch frei. Ja, wie warst du denn sachenfrei? Bist du jetzt komplett bescheuert? Ja, warum? Im Vertrag stand doch hier fünf Tage Arbeitswoche oder so. Fünf Tage die Woche arbeiten, das hätt's sogar bei dem Jugendlichen leicht Sinn. Aber, aber Chef, ich bin doch 18. Ich bin doch schon volljährig. Die verdammten Mitarbeiter geben mir schon den ganzen Morgen auf den Sack. Wenn du jetzt nicht in zehn Minuten hier an dem scheiß Arbeitsplatz bist, dann reiß ich dir den Arsch auf und schieb dir deine Kündigung hochkant da rein. Also, beweg deinen Arsch, du faule Sau. Moin Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Wir spielen heute Secretaries Hell und dieses Spiel ist auch von Alexander Liu Bimov von 2020 ist das Spiel. Und das ist genau der gleiche Typ, der auch das Slender-Kauspiel gemacht hat, was jetzt nicht so reingekickt hat. Ähm, aber ich bin guter Dinge, denn dieses Spiel soll nochmal was ganz anderes sein als Sender-Kau. Ich glaube auch viel aufwendiger. Wie gesagt, wir spielen das Ganze wieder auf Low-Grafik. Ja, ich könnte hier mal kurz gucken in die Settings. Ich kann es hier einmal auf Ultra stellen. Und ihr seht schon, selbst dann lagts im Hintergrund und es sieht alles viel schöner aus. Aber wir müssen das Ganze leider auf Low spielen. Es geht leider nicht anders. Und, ja, ich würde sagen, wir labern gar nicht so lang. Wir drücken mal auf Play. Okay, so, Easy, Medium, Hard, Hell. Wir drücken einfach mal auf Medium, wie gesagt, damit es ein bisschen interessant bleibt. So. Uh, alter, DPI ist wieder hoch bei der Maus. Ich drehe mal ein bisschen runter. Oh, nice, Bewegungsschärfe. Mag ich eigentlich tatsächlich sehr gerne bei manchen Spielen. Nicht bei jedem, bei Shooter ist es so, naja, da kommt es immer drauf an. Aber zum Beispiel bei sowas finde ich das immer gar nicht so schlecht. So, Office Map. So, grün bedeutet wants coffee, rot bedeutet doesn't want. Also, hier haben wir die, ach, die Office Map. Hier ist die, die Map von dem Büro. Okay. Oh, shit. Da will jemand Kaffee. Äh. Wo ist das Telefon? Ii, 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 wo ist der? Wo, wo bin ich? Ju, nach oben. Da ganz hinten, oh. Okay, das Spiel besteht halt darin, dass wir komplett, oh, schiss, 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 schiss. Hallo. One coffee, please. Yes, 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 hier, hier, bitte. Thank you. Yo, no problem. Die reden ja auch. Telefon, ich... Wo? Wo ist das Telefon, verdammt? Ja, ich... Hier? Oh, macht Sinn, ne? Turn on the electric? What? Wo? Halt, Strom war da hinten. Oh, Gott. Maga. Hauptsache, dass das Telefon klingelt. You are fired. Working time. 90 Sekunden. Toller Job. Okay, scheiße. So, Leute. Wir spielen das Ganze jetzt einmal auf easy, weil ich glaube, das war jetzt ein bisschen zu krass, ehrlich gesagt. So, ganz kurz. Ich habe schon mal Kaffee gemacht. Electricity. Das ist also der Gang da hinten runter. Okay, das ist gut zu wissen. So, jetzt müssen wir mal warten. Das Telefon klingelt. Die Frage ist nur, fällt euch mal auf, dass der Kaffee genau die gleiche Farbe hat, wie die Blumenerde da? Merkwürdig. So. Ja, wir warten jetzt darauf, dass irgendwer Kaffee möchte. Toller Job auf jeden Fall. Feiere ich. Mit diesen ganzen grünen Köppen. So, warte. Da, okay. Okay, okay, okay. Puh. Kaffee kommt, Kaffee kommt, Kaffee kommt. Hallo. Wer möchte Kaffee? Wer möchte Kaffee? One coffee, please. Hier, gern geschehen. Ja, no problem. Lauf. Wie er zu fett für die Tür, Alter. Wie war haltend schriegt damals. Oh, ich könnte auch mal wieder jetzt playen mit einem Kollegen. So. Das gerade war jetzt ein bisschen heftig. Ich hätte es gleich auf easy stellen sollen, aber ich hätte ja nicht gedacht, dass es so reinhaut. Ich will gar nicht wissen, wie das auf hell ist. Ja, okay. Also einmal außenrum. Die Musik ist auch gut. So. WC. Ich sehe es schon. Irgendwie müssen wir noch Kaffee aufs Klo bringen oder so. Was hat die für eine Ausdauer? Streng dich doch mal an. Hä? Wo? Ey, was machst du so? Oh, Geldbarren? Das ist wahrscheinlich der Chef. Wo? Ich meine... Oh, da ist der Electricity-Raum. Aber hä? Aber, 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 aber... Complaints, ja, aber... Hä? Okay. Nein. Wie kann ich dir helfen? Da, hier. Nimm deinen scheiß Kaffee. Los. Oh, ja, Schnauze. Trink. Huh. Anspruchsvoll so ein bisschen. Aber macht bis jetzt schon... Äh, macht Laune. Ich glaube, das ist ein cooles Spiel. Gerade, wenn man das so ein bisschen... Nein, da will wieder mal Kaffee. Oh Gott, der Chef. Huah, los, 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 rennen. Alter. Renn, 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 renn. Wenn der Chef Stress schiebt. Oh je. Leider dürfen wir... Oder, beziehungsweise, leider können wir auch gar nicht, äh... Oh. Oh, mein Kaffee, bitte. Hier, bitte. Goldbarren als kleines Trinkgeld wäre ja mal angebracht, oder? Geh mal wieder zurück an den Wein. Nein, aber... Okay. Also, ich weiß auch gar nicht, wie oft man sich... Also, wie oft sich quasi die Arbeiter hier complainen dürfen. Was? Es ist gerade Complain auf zwei hochgegangen. Meine Cam ist davor. Ach, scheiße. Was soll ich denn machen? Die Ausdauer ist zu wenig. Kommt jetzt auch mal was. Das Blöde ist, ähm... Du siehst, ich weiß jetzt gar nicht, wie oft sich die beschweren dürfen. Ich glaube, dreimal. Und dann ist halt wirklich komplett... Äh... Ja. Komm schon. Oh. Okay, da. Der... Bei dem war ich doch erst. Du hast doch schon Kaffee, du Saufkopf. Schon wieder. Schlaf mal früher, Alter. Geh mal früher schlafen. Oh, da hätten wir reingemusst. Ah, okay. Bei dem Typen vorhin. Ah, diese Musik, ne? Die macht mich jetzt schon bekloppt. So. Der will noch einen. So, Guide. Give coffee to... Warum? Das ist ja fast wie bei One Late Night. Wie kann ich dir helfen? Ach, scheiße. Äh... Maus. Alter, die Sensibility ist echt... Oh. Boah, dass er auch die Musik dann wieder angehen muss. Verdammt. Okay, bis jetzt ist noch grüner Bereich. Wer will, wer will Kaffee? Der da unten. Okay, schnell. Lauf, lauf, lauf. Sonst komplaint er sich gleich, weil er wieder nicht... Boah. Alter. Wer will hier Kaffee? Du? Hier. Hallo. Nimm deinen Kaffee. Trink. Hä? Nimm. Oh. Magger. Sonst gleich wieder... Wie gibt es das Kaffee gibt? Nie. Oh, noch einer. Oh, das will sein Sitznachbar einen haben, weißt du? Ich meine, das Office ist ja nicht groß, aber die Ausdauer von der ist schlimm. Ja, ja, ja. Hier ist dein Kaffee. Danke. Die sagen auch alle die gleiche Stimme. Danke. Danke. Bitte. Oh, Alter. So wie die Musikschleiner, so langsam läuft der auch. Yo. Ja. Kundenberatung. Deluxe. Ich komme schon. Wie kann ich dir helfen? Schnauze. Bring mir Kaffee oder so. Was weiß ich. Alter, so viel Kaffee ist da auch gar nicht drin, wie die wegsaufen. Aber wir haben es auf jeden... Oh. Wir haben es auf jeden Fall schon mal schneller geschafft als... Oder mehr geschafft als beim letzten Mal. Alter. Uh. Das Spiel ist anstrengend, aber es macht Spaß. So. Joga Mann. Danke. Bitte schön. Die haben diese Musik, Alter. Ich hoffe, die ist nicht gekopyrightet. Was ist das überhaupt für eine Firma? Marketing Hub. Okay. So, warte mal kurz. Answer the phone notes one time. Remembered. Three complaints to your... Oh. Die dürfen sich also dreimal beschwer... Erstmal kriegst du deinen Kaffee. Erstmal kriegst du deinen Kaffee. Ich renne jetzt nicht extra wieder zurück. Hier. Danke. Ja, bitte. Ja, jetzt... Anstrengend. Raucherlunge hier. So, lauf. Interessant finde ich, der Strom ist weg. Aber wir sitzen da alle noch und arbeiten. Und jeder denkt sich so... Kommt ja nicht mal irgendwer auf die Idee, einer von denen hier mal hinzugehen? Oh. Lauf. Kommt ja nicht mal irgendwer auf die Idee, neben dem Raum da von dem Stromkasten mal irgendwie zu sagen... Komm. Ich mach mal den Strom wieder an. Ich helfe der jungen Dame mal. Oh. Schon wieder will da jemand Kaffee saufen. Ich komm ja schon. Keine Geduld, Alter. Hier. Bitte. Die sind schrecklich, die Leute. Also echt. So, direkt Kaffee. Oh. Ja, doch. Hä? Warum? Ich bin doch so toll. Nimm einen Kaffee in der Hand. Geh ans Telefon. Alter. Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Was ein Job, Junge. Leute. Dieses Spiel ist vielleicht beim Zugucken nicht so interesting. Ich muss aber sagen, es macht Spaß. Vor allem, es war jetzt noch der einfache Modus. Ich möchte das ganz gerne mal, ähm, ja, auf einem schwierigen Modus schaffen. Sprich auf, ähm, Medium zumindest mal. Das würde ich sehr gerne bei der nächsten Folge machen. Denn ich bin ehrlich, vielleicht, ich würde ja gerne noch eine Folge von machen. So schlecht ist das Spiel nämlich gar nicht. Ähm, hat was, hat was, hat was. Ähm, wenn ihr selber mal, ähm, ja, Angestellter sein wollt. In so einer Marketing-Abteilung, dann, äh, unten ist, äh, Download-Link. Wenn ihr runterladen wollt. Das ist Bescheid. Haut rein!